Anscheinend nicht. Gut. Ja. Okay. Sehr flüssiges Blut. Ähm. Geh mir das Medikament. Okay. Gut. Da haben wir sonst nichts mehr. Gut. Nun denn, dann nehme ich doch gern mal Mr. Blinkhorn ins Verhör. Ja, der macht einen sympathischen Eindruck. Ähm. Ich untersuche dich mal kurz. Und, äh, nimm mal deine, dein Gesicht und deinen ganzen Körper auseinander. Ähm. So. Konzentrierter Blick. Aufmerksam. Ja. Das ist schon mal ganz gut, dass er aufmerksam ist. Hat anscheinend einen Vollbart. So wie es aussieht. Was haben wir hier? Alte Hosenträger, abgetragene Arbeitskleidung, nicht wohlhabend. Gut. Also dürfte anscheinend nicht so viel Geld haben. Frische Erdspuren, vor kurzem gegraben. Und was haben wir hier noch? Hornhaut. Aha. Gut. Darf ich fragen, was hier für ein Beruf sind? Was ist deine Arbeit? Ich bin Archeologer, spezialisiert in der Romanenperiode. Ah. Der müsste sich also mit antiken Münzen auskennen. Und vielleicht mit Ringen. Kannst du mir mehr über die Ringen erzählen? Wir hoffen, dass wir ein sehr interessantes Artefakte aus dem Ort und welche Eitungen von Werten bevor ihre eventuellen Restoration und Exhibition. Und hat sie erfolgreich gemacht? Hat sie. Dank an Sir Rodney. Wie war ihre Beziehung zu Sir Rodney? Ich konnte nicht sagen, dass er ein kinder Mann war. Nein. Aber er war talentiert. Ich fühlte eine große Erdmütung für ihn. War es deine erste Erdmütung? Ich habe Sir Rodney kurz in Ägypten und ich habe meine Forschungen mit ihm Überraschend war mein Arbeit hat ihn verabschiedet, dass er hierher kommen wird. Er hat nur ein paar Monate vorgekommen. Überraschend? Ich glaube, Sir Rodney war ein kalter Mann und auch sehr secretiver. Aber ich habe so viel von ihm gelernt. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. Ich glaube, das kann so keiner wirklich glauben, dass er mittlerweile tot ist. Was haben sie genau gesehen? Und er ist das letzte Erdmütung. Kannst du mir erzählen, was du heute gesehen hast? Er war in Blut. Glaubst du, dass Garrow gekillt hat, Sir Rodney? Oh nein! Garrow konnte nicht einen Fluss schlagen. Aber ganz ehrlich, irgendwie glaube ich nicht, dass er etwas mit dem Mord zu tun hat, weil ich glaube, das ist eine Schweißausbrücke und dieses Nervössein, das hat glaube ich eher damit zu tun gehabt, dass er einfach sein Medikament nicht hatte und lange Zeit nicht eingenommen hat und deswegen, naja, ich glaube, der braucht das Medikament einfach immer wieder, um wieder runterzukommen von dem Ganzen. Und vor allem, der Mord hat ihn vielleicht, oder der, dieser, ja, der Tod von Sir Rodney hat ihn vielleicht auch ein bisschen mitgenommen. Man weiß es nicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass Mr. Garrow der Mörder ist. Äh, irgendwas so Ungewöhnliches gesehen. Kannst du dir erinnern, dass es ein recenter Event, das dir jetzt passiert hätte, ein bisschen strange gewesen wäre? Well, gestern hatten wir ein kleines Argument. Ist das alles? Nein, Sir Rodney hat mich informiert, dass er mich mit dem London Archäologischen Kongress anzusehen würde. Dann hat er mich anzusehen, dass er mich anzusehen würde. Und eher aggressiv auch. Ein Kongress, okay. Was können Sie mir über den Ring sagen, den ich gefunden habe? Goldenen Ring. Gernst du diesen Ring? Sicherlich. Es ist der famöse Aswan-Ring. Sir Rodney hat ihn zurückgebracht von seiner letzten Kampagne in Ägypten. Und er hat es für sich gehalten. Sir Rodney hat seine eigenen persönlichen Ideen von Archäologie gehabt. Machen und Städte mitgenommen worden. Und, äh, ja. Interessant. Was wissen Sie über das Medikament? Was kannst du mir über Garrow sagen? Er sieht immer so schade. Und, er ist schon lange schade. Er schreibt über die Sprachen und Visionen. Ich werde einen Augenblick auf ihn halten, weil ich mich überraschend bin. Wie gut wurden deine Forschungsergebnisse bevor Sir Rodney zu kommen? Ziemlich gut. Moment, Sir Rodney's Ring, Pitkins Brief, Blutverspitter Schlüssel, ich würde mal sagen Pitkins Brief, oder? Ja. Diese Liste zeigt, dass Sir Gregory bereit war, einen Stopp zu deinem Arbeit zu bringen. Ja, aber seit Sir Rodney zu kommen, hat er sich geblieben und hat uns gearbeitet. Ich bin nicht sicher, was sie darauf entschieden haben. Hm, was wird jetzt passieren, dass Sir Rodney tot ist? Ich habe das nicht gedacht. Aber wenn es notwendig ist, werde ich kämpfen, um die Erwartungen von Sir Rodney zu retten. Hm, okay. Ich habe geschmolzertes Silber im Kohlebecken gefunden, was kannst du mir darüber sagen? Wir haben etwas meldetes Silber in der Brasier. Hast du es da? Nein, Silber, sagst du. Nein, ich weiß nicht, wie es da kam. Hm. Ich bin mir halt nicht sicher, weil irgendwer muss es doch da reingeschmissen haben. Und wenn es Mr. Garrow und er nicht war, dann muss es der andere gewesen sein, im Normalfall. Gehe ich mal davon aus, laut, ne, wegen, ne. So, und wen gehört der Champagner? Habt ihr die Bottle Champagner in die Veränderung? Nein, ich habe es nicht. Das ist eigenartig. Irgendwer muss doch auch den Champagner dort platziert haben. Das muss also in dem Fall er gewesen sein, dann Mr. Pitkin. Der macht aber auch so einen merkwürdigen Eindruck schon, ne. So, ne, ich will nicht. Bitte frag mich nichts, weil ich bin doof. Äh, weiß nicht, äh, aber ich muss ihn ja befragen. Also, wir haben, ähm, ab in den Verhörraum mit ihm. Allein wir da sind, das ist ja schon furchtbar, was für rote Ohren er hat. Gehe mir, Mr. Holmes, ich muss hier noch länger bleiben. Ja, moin. Ich sag ja, der ist ein bisschen, ein bisschen arrogant, ein bisschen provokant auch. Und so ein bisschen hochnäsig kommt er mir rüber. Ja, sehr merkwürdig. Und vor allem die, die Kleidung sieht halt auch mega teuer aus. Ähm, okay, schauen wir mal. Was ist denn mit dir, Junge? Was, was haben wir denn da? Arroganter Ausdruck, ne, aber sag ich, arrogant. Das hab ich schon lesen können. Mundform, Geringschätzung. Ja, also, er ist jemand, der seine Leute sehr gering einschätzt. Siegelring, anerlige Wurzeln. Ja, gut. Und was haben wir hier? Goldkette, Kaschbierweste, reicher Mann. Sag ich ja, der muss sehr viel Geld haben. Was sind's hier vom Beruf, wenn ich fragen darf? Was? Ich bin ja, der Mannager der Baths, ist das richtig? Ja, ich bin sehr interessiert über Archeologie. Ich wollte die Ruinschreise restaurieren. Meine Absichtung ist, die Baths zu den Publikum. Archeologie leben kann ein profitierendes Unternehmen, wo ich jetzt nicht so sicher bin. Ich verstehe. Wenn du möchtest, zu beginnen, die Baths zu benutzen? Wenn die Archeologischen Forschung ist vorbei, ich werde bereit sein, die Restoration zu beenden. Es ist der übliche Prozess. Okay. Was war das Verhältnis mit Ihnen zu Sir Rodney? Was war Ihre Verhältnis mit Sir Rodney Bentcliffe? Sie waren nicht besonders nah. Er hatte ein unbezügliches Temperament. Suspicious. Autoritären. Unkind. Menschen, die von Genie haben, können sie für ihre Natur vergeben werden, aber nicht von mir. War er obstruktiv? Nicht überhaupt. Alles, was er machte, hat uns zu größeren Erfolg. Er hat uns zu verbessern, das Potenzial des Geburtes. Es ist nur eine Vermutung, aber es wird sich hoffentlich irgendwann aufklären. Was können Sie mir über den Mord sagen? Bitte erzähl mir, was heute Morgen geschah. Das Test, das wir heute Morgen gemacht haben, war ein Erfolg. Die Stimme war sehr gut. Und dann natürlich, der schreckliche Mörder. Was sah ihr? Die Stimme war zu tief, um nichts zu sehen. Aber fragte Garo. Er sah das Körper erst. Gut, also das mit dem Dampf, das hat ja Garo auch schon erzählt. Deswegen, das deckt sich auch wieder. Mit Garos Aussagen. Irgendwas Ungewöhnliches gesehen. Habt Sir Rodney irgendein recentes, strange Behaviour gesehen? Schau. Ich bin nicht so verwirklicher Freund, aber ich denke, dass er professionelle Interesse hatte, die er nicht über uns wusste. Warum solltest du das denken? Woher? Ich habe keine Ahnung. Aber nach allem, es war nicht mein Geschäft. Was können Sie mir über Ihre Arbeit sagen? Ziemlich schleppend. Pitkins Brief. Was müssen Sie von dem Medikament, was Mr. Garo zu sich nimmt? Diese Kräutermischung. Sind Sie bewusst, dass Mr. Garo unter einer Form von Medikation ist? Garo? Nein. Aber ich habe das Parasite nie gefallen. Sie glauben, ihn zu einem Mörder zu sein? Na ja, er hat Blut an ihm gemacht. Das machte er einen Mörderer? Wer hat das geschmolzene Silber ins Kohlebecken reingetan? Was tust du vielleicht? Etwas meldetes Silber wurde in der Steam-Room-Brazier gefunden. Kennst du, woher es kam? Silber? Nein. Toll. Vielen Dank für die Antwort. Und wer hat den Champagner in der Garderobe hinterlegt? Warst du eine Bottle Champagne in den Baden? Absolut nicht. Ich glaube, Rodney hat das gemacht. Ach komm, wer soll das denn dann gewesen sein? Keiner von den dreien hat den Champagner dort hingelegt? Was soll es denn dann gewesen sein? Was soll das? Irgendwer muss es doch gewesen sein. Einer von den dreien wahrscheinlich. Oder was Sir Rodney vorher selbst, bevor er umgebracht wurde. Das kann nämlich auch sein. Aber das wäre sehr merkwürdig. So. Pitkins Pläne. Im Kohlebecken gescheuerte Notizen. Sehr flüssiges Brut. Blut. Sir Rodney's Lüge. Mhm. Aha. Da haben wir was. Tödliches Geheimnis. Warum hätte Sir Rodney etwas verbergen wollen? Könnte seine Entdeckung des Motives Mord an ihm sein? Wer weiß. Huh. Die letzte Expedition. Finden Sie heraus, wohin Sir Rodney wenige Tage vor seinem Tod gegangen ist und lüften Sie sein großes Geheimnis. Okay. Was haben wir noch? Hups. Hups. Kohlebecken. Geräusen Medikament. Hups. Warte. Rechtzeitiges Auftauchen. So. Pitkins Pläne. Äh. Blinkorns Demütigung. Blinkorns Arbeit. oder durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Doch das ging sehr zu Kosten seiner Moral. Blinkhorns Interesse. Blinkhorns Arbeit wurde durch das Eingreifen von Sir Rodney gerettet. Er war sehr dankbar dafür, dass er mit Sir Rodney zusammenarbeiten konnte und die Möglichkeit hatte, von ihm zu lernen. Mhm. Okay. Mehr haben wir allerdings nicht. Nein. Gut. Nun denn, nun denn. Dann haben wir das also erledigt. So. Ah ja, warte mal. Äh, haben wir da noch irgendwas im Obduktionsraum? Ja, natürlich. Da liegt eine Leiche herum. Da liegt eine Leiche. So. Äh, dann würde ich mal sagen, untersuchen wir mal die Wunde. Inflicted by a curved knife which resulted in instant death as the coroner's report says. Mhm. Narbe auf der Brust. According to the coroner, there were no cardiac problems nor lung congestion. But there were traces of fungus, possibly contracted from the Egyptian tombs. Und Narbe auf dem Bauch. The coroner observed no stomach nor liver disease. If we're to accept that Sir Rodney was an occasional drinker and 63 years of age. Okay. Leiche drehen erstmal. Ugh. Okay. Äh, Schürfwunderbrücken. 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 Okay. Okay. Nen gut, wir haben wieder neue Hinweise. Seltsame Wunde. Sehr flüssiges Blut. Dampffeuchtigkeit. Das Wasser im Blut lässt sich durch die feuchte Luft erklären, die auf den Dampf zurückgeht. Ungeklärte Spur. Das Wasser im Blut ist eine bisher ungeklärte Spur in diesem Mordfall. Das muss irgendwie mit dem Mord zusammenhängen. Ich weiß halt nicht, ob das allein durch die Dampffeuchtigkeit passieren kann. Ich glaube es eigentlich nicht. Deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass es noch ungeklärt ist. So. Okay, mehr haben wir nicht. Gut. Nun denn. Dann würde ich mal sagen, dann machen wir hier mal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme sehr schön wieder. Und dann geht es hier weiter mit dem Fall rund um Strand Lane und dem Mordfall an Sir Rodney Bencliffe. Und ja. Handgezähnete Karte. Ah ja, das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. Handgezähnete Karte auf Landkarte. Eine handgezähnete Karte aus Sir Rodney's persönlichen Gegenständen. Auf ihr ist eine Stelle in der Nähe von St. Albans, nördlich von London markiert. Wo genau die Stelle liegt, kann auf der Karte in der Baker Street herausgefunden werden. Ah ja. Medikamentenfläschchen. Geron nimmt echtes Johanneskraut ein. Bei einer Überdosierung kann das zu starken psychischen Nebenwirkungen führen. Aha. Vielleicht kann es sein, dass er wirklich eine Dosierung, dass er zu hoch dosiert hat und deswegen so komisch ist gerade. Pitkins Brief. Ein Brief von Sir Gregory Pitkin, der Mr. Blinkhorns Arbeit gefährdet. Form der Waffe. Die Tatwaffe ist ungewöhnlich lang und gebogen. Römische Münze. Eine alte, verschmutzte römische Münze. Metalltafel. Eine perforierte Metalltafel. Sir Rodney's Ring. Dieser Ring sieht äußerst alt aus und wurde eher schlecht repariert. Ja, auf jeden Fall. Geschmolzene Silber. Das geschmolzene Metall hat sich als Britannia Silber herausgestellt. Gut. Passt. Sonst haben wir eigentlich nichts. So. Wen haben wir dann noch? Ähm. Den haben wir. So. Tristam Garrow. Tristam Garrow ist Anfang 30 und leidet unter starker Kurzsichtigkeit. Er wirkt sehr verstört. Das liegt vermutlich am Schock durch die Ereignisse. Aber wohl nicht nur. Denn er hat sich seit einigen Tagen nicht rasiert und trägt zudem dreckige Kleider. Percival Blinkhorn. Percival Blinkhorn kann man als Vollblutarchäologen bezeichnen, der immer und überall die Schätze im Boden erkunden will. Vermutlich übt er diesen Beruf bereits seit 15 bis 20 Jahren aus und offenbar findet er immer noch Gefallen daran. Und Gregory Pitkin. Gregory Pitkin entspricht dem typischen Bild eines Mitglieds der oberen Klasse. Er ist reich, geht einer Arbeit nach, die ihn über viele andere erhebt und betrachtet dies als sein Geburtsrecht. Ganz gleich, was er getan hat, ist er der Ansicht, dass er nichts im Gefängnis zu suchen hat. Ja, wer weiß. Welche wichtigen Entdeckungen war Sir Rodney im Begriff zu machen? Finden Sie die verschwundenen Tatwaffe, mit der Sir Rodney Bencliffe ermordet wurde? Ja, das sind viel mehr, wie gesagt, gibt es dann in der nächsten Aufnahmesession zu sehen, beziehungsweise in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal fürs Zusehen und dann geht es auf jeden Fall in der nächsten Aufnahmesession weiter und dann gucken wir mal, was wir sonst noch alles finden für Hinweise und wie wir das Ganze dann zusammenkleistern können und wer schlussendlich der Mörder ist. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.